Da hin Ich will auch nicht sterben, weil da alle Atmen muss ich kalt machen Sehr gut! 20! Passt! Das müsste man jetzt aufleben können, das wäre geil Wieso macht sie dabei alleine kalt? Ja, du wirst sie wirklich mit ihr anlegen Ne, warte mal, ich will durchbrechen Achso, ich hätte einfach so durchgekommen Oh Nachdem ich wahrscheinlich weiß, dass die da oben kommen werden Schicke ich doch die Leute mal da hoch Weil ich meine, das wäre doch jetzt zu einfach, wenn ich jetzt alle weg mache und dann plötzlich, ja passt schon, alle sind weg Oh, ich habe den einen vergessen Oh Oh Du bist der Divine Dragon Okay, so schlimm warte ich dann aber gar nicht Oh 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 Ich bin Seadol, ein Travelling Dancer. Ich bin Seadol, ein Travelling Dancer kam, ein Travelling Dancer hat mich zur Sicherheit. Ein Travelling Dancer, hm? Ja, ich glaube, es ist eine junge Prinzessin, die zu einem bestimmten Kurs. Nicht eine Kurs, genau. Du kennst sie, dann? Sag mir, wer diese mysteriöse Ring-Wirman ist? Hand es mir, und wir finden uns zusammen. Okay. Aber, behör deine Fangen, Emblem des Fates! Ich bin Emblem Korin. Ich werde mit all I haben. Danke für mich finden. Ich werde helfen, die Weg du gehen sollst, ist die richtige Weg. Danke, Emblem Korin. Ich bin sorry, ich habe dich warten, für so lange. An Emblem? Really? Eine der deutlichen Figuren der Legenden. Seadol, würdest du mit Korin in den Seiten kämpfen? Wir können deine Hilfe ausführen, rauszukommen. Es wäre mein Glück. Diese Welt, Wunderschöne auf Wunderschöne. Lassen Sie mich raten, weil da links eine Tür ist, müssen wir durch den Tempel außen rumgehen. Ja. Huh? Haben die Tür einfach... Wir werden nicht mehr rauskommen, wie wir kamen. Lass uns diesen Weg da oben versuchen. Oh mein Gott, niemand hat damit gerechnet. Boah, aber der scheiß Miasma, ne? Gegnerresistenz plus 20, verbündete Resistenzen minus 20, alter. Divine One, als Dancer, kann ich deine Alli-Spirits mit meinen grösslichen Bewegungen erheben. Tänzer können im Befehl Tanzen einsetzen, wenn sie neben einer Einheit stehen, die diesem Zug bereits eine Aktion ausgeführt hat. Hoppala. Tanzt der Tänzer für einen Verbündeten, kann dieser sich an den selben Zug erneut bewegen und eine weitere Aktion aufzü- Ja, aber jetzt müssen wir uns erst unsere Verteidigung aufmarschieren lassen. Ich war in such a rush earlier. Ich habe nicht gemerkt, dass ich die Miasma überall auf dem Platz erneut habe. Die Kreaturen müssen sie mit ihnen gebracht haben. Das war sicher nicht hier vorher. Use meine Macht, um die Miasma zu verbrechen und ein Weg für deine Alli-Spirits. Das macht gegen Äxte. Die Bündnisfähigkeit, furchtbare Aura, hindert ein Ziel an dessen Nachtbahnen für einen Zug am Bewegen, wenn die Einheit in den Kampf initiiert. Die Bündnisangriff reißend ist gebrüttelt, trifft Gegner bis drei Felder in den Blick durch den Trick, Miasma und Flammen von Gelände umflutet es. Also ich gehe jetzt einfach daher. Bündnis. Drachen-Ada. Nee. Lassen wir uns mal den Zug beenden und schauen mal, was die Liga machen. Nix. Die Wahl ist dein. Hä, wie ging das jetzt? Hä? Angreifen und Gebiet fluten. Ja, aber die Säcke kommen ja nicht. Warte mal, wenn wir uns jetzt hier unten schön stellen. Oh, wie sie halt nix machen. Warte mal, da kann ich mich von der drüben trotzdem angreifen. Ja, ja, schauen wir mal. Ja. Genau drauf hab ich mich verlassen. Sehr gut, Alter. Oh, bye, bye, bye now. You have my respect. Nää, hat er nicht. Erzähl nicht so was. Die decken wir noch dran. Oh, der steht im Jasma drin, ne? Deine Geschichte endet hier. Ich werde es nicht vergessen. Durchbrechen. Alter, da ist wohl noch echt viel, Mann. Schön alle mitnehmen. Wir müssen schon so planen, dass die aus dem Jasma rausgehen. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. So ephemeral. Nachdem ich gestern eher leicht genervt war vom Spiel, Alter, bin ich wieder voll drin, ey. Naja, die gehen aber noch so stark, Alter, die kleinen Penner, ey. Wie die Säcke halt nichts machen, wirklich gar nichts. Gut. 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 Und die Selina hatte doch gar nichts zu tun gehabt. So. Oh, du wirst mich schreien! Du hast meinen Respekt! Und die Pfeifen freiwillig dann auch rauskommen. Achso, der Penner ist im Jasper, als ob ich dumm bin. Manchmal schon. Tschüss! Tschüss! Schau, was du möchtest! Ich weiß nicht, dass der Penner natürlich das. Wenn es ihm fuhren, dann würde ich das Backup tools einschränken. So, jetzt kann ich das. Und da würde ich mich nicht mehr verwenden. Ich würde mich nicht mehr das bei dir tun. Ich könnte das nicht mehr verwenden. Ich würde das anwenden. Ich würde das nicht mehr zu tun machen. Ich könnte kein Wunsch für mich. Aber auch, ich wäre mir nicht mehr zu tun. Dann würde alles sehr gut auswenden, das euch kein Wunsch speciales sein. So gonna crush you. You have my respect. So gonna crush you. Let's have fun. Very nice. jetzt haben wir erst mal sie mit her okay dann das erstmal du weg naja da geht erst mal im nächsten schlag drauf mit dem stahlschwert geht er gleich drauf jetzt sogar so ein crit raushaut ne mir lassen die so stehen scheiß kurbschaden nur weil er die kolzen hat du doch jetzt nicht darüber lande da ist der schatztruhe oh da geht es nochmal weiter oh scheiße ja 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 warte mal dich haben wir ja dann schicken wir den dami davor du kommst daher und machst ihn da weg bitteschön der durch geht auf mich der durch geht auf mich so mal da ist halt nur noch alles voller fucking miasma ey das ist doch voll nervig hier das macht es nicht schwer das macht es nur nervig dann habe ich schon mal mich über den engen gänge aufgeregt den darf man auch haben ich habe die sehne lassen wir naja komm die ziehen wir auch mit hier unten machen sie jetzt wieder gesellbarkeit oh oh zwei oh vier super ich muss gerade sagen dass du drauf gehst ist dir bewusst ich muss gerade sagen dass du drauf gehst ist dir bewusst oh er sitzt auf 20 kann der höher wie 20 da war jetzt den max gestanden und ist halt echt schon warte mal der ist auch der ist wirklich schon auf einer essstufe und wow ist schon auf 20 heilige scheiße und ich habe nie benutzt das ist tatsächlich da Energietropfen Boah, da greifen halt alle an Nee, nee, nicht geil